Vergiss diesen Pisser von weißem Hai und seinen lahmarschigen Kumpel, den Tigerhai. Viele denken, das wären die gefährlichsten Haie, aber das ist Quatsch. Der gefährlichste, aggressivste und furchterregendste Hai in Australien ist der Bullenhai. Er kann bis zu 300 Kilogramm wiegen und bis zu 4 Metern lang werden. Er zerreißt nicht nur alles, was sich bewegt, sondern lebt und jagt auch noch quasi überall. In Flussmündungen, in Süßwasserflüssen, in seichtem Wasser und in den salzigen Gewässern der Küsten. Im Grunde ist dieser Wasserpanzer natürlicherweise in der Nähe und dazu bereit, deinen großen Kopf zu verspeisen, wenn sein Bauch leer ist. Da er den stärksten Biss aller Haie hat, gibt der wütende Motherfucker einfach keinen Fick und jagt sogar in der Nähe der gefährlichen Flusspferde. Nicht nur das, er legt sich sogar mit ihnen an. Es wird also niemanden überraschen, dass jedes Jahr mindestens ein Australier durch einen dieser Haie stirbt.